hallo herzlich willkommen zum neuen fordner job video und der shop ist auch schon da bin heute etwas sehr spät aber hat nicht eher geklappt dann gucken wir uns erstmal an was heute reingekommen ist und zwar haben wir da unter den vorgestellten die surf hexe zurück die ist nach 300 tagen wieder zurück geht auch noch verschiedene stile hier einmal in dunkel erinnert mich irgendwie an den haze skin glaube ich da gibt es dieses backblink den stern und dazu gibt es noch die stern schnuppenhacke erinnert mich auch irgendwie an die sternen wucht dann haben wir socks zurück das zweite mal im shop und nach 33 tagen zurück dann haben wir den toten schützen nach 42 tagen zurück der hat dann auch das zweite stil hier ohne hut und den backblinkt dazu eigentlich überflüssig okay dazu haben wir dann die spektral sense und die lackierung quelle des todes alles zurück wie gesagt nach 38 tagen dann haben wir das farbenwirbel bomber paket zurück hier mit dem skin mit dem backblink lama und mit den brisen prügelern als haxt hat dann auch noch den dunklen stil hallo ist zurück nach 38 tagen hier gibt es die beiden noch einzeln hier haben wir die kühra zurück nach 31 tagen mit dem backblink und dazu gibt es noch die blockbeile und den grünen adler auch ein nicer skin finde ich dann haben wir die zündkerzen künstlerin zurück hier mit dem backblink nach 30 tagen geht noch den dunklen stil dazu und dann haben wir hier noch dieses provisorium zurück der hatte die katze hier noch als zweiten stil und den mülleimer deckel als tonnendeckel als backblink auch zurück nach 30 tagen dann gehen wir die nächste zeile da haben wir die täglich vorstellten einmal den phoenix zurück der ist nach 190 tagen wieder zurück und wir haben pizza pyjama die hat hier den käse in gold gibt es auch noch einen anderen stil jahren den normalen käse pizza pyjama ist nach 57 tagen zurück dann haben wir die kristall schwingen das ist eine neue lackierung scheint aber nicht animiert zu sein das ist dann eine neue lackierung und wir haben kommt schon nach 70 tagen zurück und wir haben die planeten sonde ist heute das seltenste im shop und ist nach 413 tagen zurück und dann gibt es noch die lama wippe ob das für den brutus das richtige ist nach 42 tagen zurück mal schnell beenden bevor das dann haben wir noch den ganzen marvel shop immer noch alles da ja und das war schon wieder mit dem shop für heute ma hallo bis zum nächsten mal ciao eure sam